Der Schneelöwe aus Tibet, der Tibet Terrier, hier bei Poi im Rassenporträt. Der Tibet Terrier ist ein Hütehund und kein Terrier. Die ursprüngliche Aufgabe dieses Hundes war es, Vieherden zu bewachen, in Kooperation mit seinem großen Bruder, dem Tibet Mastiff, der die Herdentrieb und Eindringlinge fernhielt. Vom Aussehen her ist der Tibet Terrier mit einem dichten und langen Fell ausgestattet. Die Farbe des Fells kann unterschiedlich sein, unter anderem Schwarz, Weiß, Cremefarben, Gold oder Grau. Vom Wesen her ist der Tibet Terrier verspiert, charmant und durchaus auch eigensinnig. Er ist ein wahres Gewohnheitstier und liebt feste Routinen und Rituale im Alltag. Außerdem sollte man sich bei dieser Rasse darüber im Klaren sein, dass diese Hunde ungern allein bleiben. Er liebt seine Familie, jedoch kann er gegenüber Fremden reserviert sein. Der Tibet Terrier ist besonders für aktive Menschen geeignet. Lange, anstrengende Wanderungen meistert dieser Hund mit Bravour. Aber auch für den Hundesport eignet er sich. Im Hinblick auf die Gesundheit gilt der Tibet Terrier als äußerst robust. Manchmal treten jedoch Hüftgelenksdysplasie oder Patellaluxationen sowie Augenerkrankungen auf. Aber auch für den Grünen hier ist das Wanderer. Das ist das Wanderer.